Moin, ich bin Andi Rackete aus Lingen. Ich bin zwar kein Student, aber ich darf trotzdem dieses Video machen, denn ich gehe wählen. In Jogginghose, das ist zwar nicht ganz sexy, aber der Move an sich ist sexy. Also das Wählen gehen, das solltet ihr auch machen. Das ist vielleicht gerade gar nicht so einfach, weil ihr gar nicht in Lingen seid, weil ihr eure Semesterferien genießt oder ein Praktikum macht. Das macht aber nichts. Wir haben den Masterplan für euch. Briefwahl. Was ihr dafür braucht? Einen Studenten. Das solltet natürlich im besten Fall ihr selber sein. Ihr habt eure Wahlberechnungskarte bekommen. Dort hinten drauf ist ein Antrag zur Briefwahl, den füllt ihr aus oder ihr geht ganz geschmeidig auf linken.de. Dann bekommt ihr viel Post. Gute Post. Keine Rechnung, die ihr überweisen müsst, sondern einen Wahlschein, den ihr ausfüllen müsst und ganz wichtig, kurz unterschreiben. Dann habt ihr natürlich euren Stimmzettel dabei. Links und rechts jeweils ein Kreuz und natürlich an der richtigen Stelle. Zwinker. Der bekreuzte Stimmzettel kommt dann in den blauen Umschlag. Der dann befüllte blaue Umschlag kommt zusammen mit dem Wahlschein dann in den roten Umschlag. Wenn das jetzt alles ein bisschen zu wild war oder wer den Faden verloren hat, weil er sich eine Lasagne heiß gemacht hat. Alles. Von vorne bis hinten. Der gesamte Weg steht auch nochmal auf dem Wegweiser für die Briefwahl. Der rote Umschlag geht dann direkt in die Post. Leute, Sonntag wählen gehen. Über 2000 Studierende hier in Lingen, das ist schon ein krasser Anteil. Also wählen am Sonntag. Ab dafür. Ausreden lassen wir nicht gelten, sonst gibt es nämlich einen auf dem Arsch. Und esst mehr Obst.